TRUE CULTURE A.K.A. TOT OR LIEBENDIG A.K.A. Ich f*** dein Arsch wenn du dich umdrehst und so weiter und so fort Wir sind jetzt auf dem Weg quasi nach Monum zu Kaputt In-Store Präsentations-Session und Lars Unlimitiert ist noch noch hier A.K.A. Fat Lars Ja, ganz hier auf der Couch Fat Lert und Sir Jay kommt natürlich mit und Möchen ihr die Crazy True Culture und die anderen die zugucken und ich euer bester Freund und dann werden wir versuchen kaputt so nervös wie möglich zu machen damit ihr möglichst viele Texte verkackt Auf jeden Fall gleich geht's los Läufst du crazy? Wir sind immer noch auf dem Weg nach Mannheim Wir sind immer noch auf dem Weg nach Mannheim Dann kriegt man auch noch eine schöne Strafe Heute habe ich erfahren, dass ich wieder mit 25 zu schnell geblitzt werde Halleluja, danke an der Stelle Wie bitte? Ich habe schön viele Ich habe voll viel umsonst Fotos von mir Das ist voll schön In meinem nächsten Ausweis will ich kein Passfoto machen sondern das von der Radarkontrolle das Blitzerfoto Hat der Start gezeigt Irgendwo muss man ja sparen Geil So ist das Leute der Nacht So, wie sie sehen es und zwar recht in der Neckar Bitte filmen Die MPG Zeig den Leuten den Neckar Weil die mich immer fragen Warum lebst du jetzt in Heidelberg? Das ist wunderschön Die Erklärung ist sehr einfach Bitte schauen sie sich an Rechts von uns ist Ziegelhausen Auch sehr angenehm Hier ist die linke Seite von Ziegelhausen Slash Schlierbach fängt nämlich gleich an Und ähm Wie gesagt Hier sind dann die schönen Berge Dazwischen fließt schön der Neckar entlang Präsentiert sich Wer denn da ist? In seiner schönsten Pracht In seiner großen Brühe Genau In Hülle und Pfülle Ah cool Und Ein bisschen Action Das ist also Heidelberg Wir müssen jetzt verträumt aus dem Fenster gucken Das ist der Porsche Der Porsche Cayenne Is eaten like a motherfucker Der Porsche Cayenne Ah ja Scheiss ich wollte bei 50 stoppen 50,7 Alter Und da Millionen 50 Euro leid Und ich denk 7 Cent die Brauchtzahlen muss Die ich nicht hab Könnte sein dass ich ein Mahnverfahren an den Hals regne Sehen Sie Sehen Sie Wo ist Savas? Ey Savas ist drin Alter Paparazzi! Meinst du, ist das der echte Savasch? Ich glaube, das ist der gar nicht, Alter. Außer in welcher Zeit ich kenne überhaupt keinen Savasch, Alter. Wer ist dieser Savaschch? Savasch, ja? Wieso? Wieso? Savasch! Hailing when I look into your back. Optik, man! Optik! Optik für euch, OR! Ich sag Optik, ihr sagt Punkt! Optik, Punkt, Optik, Punkt! Ben kaputt, Ben kaputt, Ben kaputt, rap! Kommt jeder Junkie, jede Busse, jede Hull, rap! Und jeder von euch von den Muschies bleibt die Luft weg! A4R, Rado da und Schluss jetzt! Ich sag, die Welt ist, ihr sagt kaputt! Die Welt ist kaputt! Die Welt ist kaputt! Die Welt ist kaputt! Ich sag, die Welt ist, ihr sagt kaputt! Die Welt ist kaputt! Die Welt ist kaputt! Die Welt ist kaputt! Komm ruhig her, besser wissen wir mit der lächerlichen Crew. Doch nicht mal als Nazis ginge es bei euch mit rechten Dingen zu. Weil ich bin zu schwer zu erahmen, verfahre präzise. Ihr habt euch auf den Weg zu mir verfahren, weil eure Navi aus Papier ist. Wer ist hier gekommen? Wer ist euch ergangen wie allen, die mir bis jetzt über den Weg liefen? Boom! C-A-P-U-Trickmine! Guck hier, ich regiere, du bist nur ein Stack für zwischendurch! Dein Name hat heute nur noch MC Terrine! Ich steck euch Schweine auf die Drehspieße und lad ne dicke deutsche Familie ein zum Genießen! Ich bin auf die Drehspieße und platzlos wieder zu lassen! Wenn du mich kennst, weißt du, was meine Gegner erwarten! Ich ändere das Klima bis auf die Luftfeuchtigkeit! Du bist nicht das Licht, du könntest höchstens die Schlussleuchte sein! BIT! Ja, wir schieben! 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 Was geht ab, bei euch? Ja! Okay! Wie fühlt euch, seid ihr gut drauf, bei euch? Ja, genau! Mach mal her, füß mal mit C-A-P-U-T? Komm auch! Ob Jungs oder Chik